Hallo ihr Sepplinge, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Ja, gestern haben wir hier so ein bisschen an unserem Eingangshäuschen gebastelt. Wo liegt denn viel Müll rum? Eigentlich, wo liegt denn hier viel Müll rum? Wow, Tatsache, hier vorne, das ist ja richtig übel. Meine Güte, Leute benehmt euch mal. Okay, ja, ich habe hier keine Müllarme aufgestellt, aber das ist denn noch ein bisschen heavy. Oh je, hier kann ich vor allen Dingen auch irgendwie nirgendwo welche hinstellen. Da kann ich noch mal welche hinstellen, dann stelle ich da noch mal welche hin, aber noch mehr. Oh, ein bisschen Profit haben wir gemacht. Ein ganz klein wenig. Ich muss hier mal noch Fenster neu reinsetzen. Das mit den Bauplänen, dass ich meine Baupläne mal wieder reinpacke, das werde ich auch noch die Tage machen, das habe ich ja versprochen. Ach, bei den... Ah, da ist das mit bei. Mhm, okay. Ähm, das habe ich versprochen, dass ich das mache und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ähm, oh schade, da kann ich kein Fenster reinsetzen. Na gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Also das kommt definitiv noch. Das kann ich euch jetzt schon ganz, ganz, ganz hundertprozentig fest sagen. Ich muss nur mal noch schauen, wann genau. Okay, ähm... Vielleicht noch ein Bäumchen hier neben. Oder lieber vielleicht noch so ein Felsen. Was haben wir hier? Eisfelsen sind das und das sind Schneefelsen. Die Schneefelsen sind cool. Dann kann man das hier so ein bisschen... Boah, dieses Riesenteil hier. Oh, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo ich das hinpacken soll. Das ist so groß. Mhm, boah, die werden immer größer. Boah, Wahnsinn. Das ist das, was wir hier schon haben. So. Hm, nee. Nicht unbedingt dahin. Ach, ja, was... Hm, ja. Tja, hm, tja. Machen wir es einfach mal so. Immer noch nur 32%. Ist das zu weit weg von der anderen Seite oder wie oder was? Oder stellen wir dann noch ein paar Bäumchen hin? Wie sieht es jetzt aus? Komm, 40%. Das hat jetzt einiges gebracht. Das sollte, glaube ich, erstmal so bleiben. So, ich bin gefragt worden, ob wir nicht mal eine Runde mitfahren könnten. Kommen wir jetzt gerade wieder neue Leute rein? Jo. Jetzt kommen wieder gerade neue Leute rein. Das heißt, wir können gleich ganz frisch eine Fahrt mitmachen. Das ist cool. Aber wir stehen hier ein bisschen ungünstig. Ähm, warte mal. Kabine, Kabine, Kabine. Wie stehen die denn alle? So, jetzt kommen da hinten neue Leute rein gleich. So, wir beschleunigen mal ein bisschen, damit es losgeht. Wer sitzt hier? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wurde. Ob man hier auch wirklich das Gefühl hat, irgendwo gegenzuknallen. Ja. Es wäre schön, wenn man vielleicht noch so ein Wackeln in der Kamera gehabt hätte. Also noch mehr ein Wackeln in der Kamera gehabt hätte. Ähm, weil man ja oft noch so... Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Jetzt kommt es irgendwie besser rüber. Vielleicht sind wir bei dem anderen auch nur zu frontal dran geknallt. Das kann ja auch sein. Oh, jetzt ist uns jemand ins Heck reingerauscht. Du, Raudi! Oh, ich habe gerade die Hand gehoben. Und mein pinkes T-Shirt an. Eine orangene Hose und damit eine schreckliche Farbzusammenstellung. Aber naja, gut. Das ist aber ganz cool. Auch wie süß, die kleinen Mädels, die da am Fahnen sind. Ja, ist doch ganz... Wow. Ist doch ganz cool. Gefällt mir das mit dem Autoscooter. Ist auf jeden Fall nice gemacht. Ähm. Mit der Achterbahn sind auch immer noch alle zufrieden. Ja, ja, ja. Ein großer Teil will nicht so lange warten. Die macht tatsächlich momentan eher Minus. Sie ist veraltend. Ruf des Fahrgeschäfts. Der Ruf gibt alter und beliebt hat ins Fahrgeschäft an. Äh. Wie kriege ich den wieder hoch? Das muss ich doch irgendwie wieder besser hinbekommen. Inspektion anfordern. Wir machen mal eine Inspektion. Ja, die Gäste finden die Wartezeit lang. Ich würde jetzt gerade mal gerne die Inspektion durchführen lassen. Da kommt schon der, äh, der Wartungsarbeiter. So, komm mal rein. Genau. Jetzt würde ich nämlich gerne mal wissen, ob das hier dann hier irgendwie... Nee. Ich will jetzt mal zumachen. Jetzt drehen hier alle wieder langsam rum. Schienen bearbeiten. Mir wurde gesagt, wenn ich hier vorne ein Teil wegmache. Und hinten. Dass ich dann... ...die Station erweitern könne. Ah, nach vorne kann ich. So kann ich machen. Oh. Oh ja, guck mal. So kriege ich die deutlich länger. So kriege ich die deutlich länger. So, da bin ich wieder. Meine Güte, momentan ist aber auch ein Trubel. Da kam gerade mein Papa noch ran und hat noch ein Stückchen vom Gewürzkuchen von Weihnachten reingereicht. Mensch. Äh, nee, ich wollte hier... Eigentlich wollte ich das wegmachen mit dem... Laufsteg. Genau. Obwohl... Ja, warum eigentlich nicht? Das ist hier eigentlich... Finde ich das gar nicht so blöd bei diesen Teilen, wo... Ähm... Hier könnte ich... Nee, hier kann ich auch keine... Ist auch schon eine leichte Biegode. Also ich kann hier anscheinend keine Blockbremsen reinbauen. Sollten wir aber, glaube ich, auch nicht brauchen. Weil hier sollten wir jetzt einen kompletten weiteren Zug hinbekommen. Eigentlich. Und die Kettengeschwindigkeit, die erhöhen wir mal von 7... ...auf 13. Halt, warte mal. Stopp, 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 stopp. Ähm... Aber es ist immer noch veraltend. Wie kriege ich die denn dann wieder interessant? Hm... Wie mache ich denn das? Und wo kriege ich hier genau? Drei Züge kriege ich rein. Oder zwei Züge A2. Nee, wisst ihr was? Wir machen das lieber so rum. Wir machen das lieber so rum. Und jetzt testen wir mal. Gucken wir gleich mal eben, ob die Ketten so in Ordnung sind. Ja, doch, würde ich schon sagen, dass sie so gehen. Aber es ist jetzt halt wirklich ein Problem. Ich meine, ähm... Wenn die jetzt den Ruf hat, dass sie veraltet ist und deswegen kein Schwein mehr damit fahren will, wie kriege ich die denn dann jetzt wieder vom Ruf hochgepusht? Das ist ein bisschen ungünstig. Jetzt sinkt auch noch die Zufriedenheit. Hier unten steht plus sieben Prozent eigentlich. Fahrgeschäftbewertung. Ja, ja. Wir haben auch Minus gemacht diesen Monat. Es ist momentan so ein bisschen der Wurm drin. Momentan ist tatsächlich so ein bisschen der Wurm drin. Es hat jetzt Profit gemacht im letzten Monat, aber... Tja. Ist halt so ein bisschen die Frage, wie das hier weitergeht. Ich kann momentan einfach auch nicht großartig was erforschen. Ähm... Immer noch. Wo ist denn unser Mensch hier? Unser... Unser... Stellen wir einfach noch einen zweiten ein. Aber noch mehr kann ich mir nicht leisten. Äh... Ich kann momentan leider auch nicht großartig was erforschen. Das ist einfach so schweineteuer. Die Teetassen könnten wir schon auch noch bauen. Hammerswing... Ich finde, das ist einfach nicht so weihnachtlich. Das passt hier nicht so her. Oder dieses hier. Nervenkitzel Spaß. 4,16. Ja, das hier bringt am meisten. Dieses Teil hier. Aber das passt hier halt auch einfach überhaupt gar nicht hin. Das muss in so eine Horrorwelt. Dann eher noch das hier. Das bringt 3,16. Das hier bringt 3,19. Dann bringt das hier noch mehr. Aber das ist blöd. Das ist echt blöd. Boah, das ist da drüber. Nein, Quatsch. Gucken jetzt erst mal. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier jetzt macht. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, einen Zug mehr. Das heißt, die Wartezeiten dürften wir schon mal ein ganzes Stück reduzieren. Was ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Das dürfte ja wieder so ein bisschen den Spaß daran erhöhen, wenn man sagt, ja, ist jetzt nicht so was Besonderes. Aber mein Gott, ich habe da jetzt nicht so lange zu warten. Bevor ich gar nichts mache, fahre ich halt eine Runde damit. Könnte ja auch sein. Was ist das eigentlich hier hinten? Das sieht nice aus. Echt cool. Ich würde mal gerne den Weg anschließen. Das könnten wir doch eigentlich mal tun. Wir haben hier hinten so einen Eisweg. Breite. Wie breit ist denn der? Sieben Meter? Noch breiter. Acht Meter ist der. Krass. Eigentlich ist es sinnlos, hier jetzt einen Weg hinzubauen. Aber einfach, dass wir hier mal so einen Anschluss haben. Ah, komm, das sieht so ein bisschen aus wie ein... Naja, das sieht nicht aus wie ein Herz. Das ist jetzt die Frage, was bauen wir, was bauen wir, was bauen wir? Bringt uns das hier was? Und vor allen Dingen, wo bauen wir das hin? Vielleicht hier direkt neben. Ist vielleicht hier dann gar nicht so schlecht. Eingang platzieren. Wir machen hier einfach mal den Eingang hin. Gnarf. Und wenn der Papa dann nochmal vorbeikommt und sagt, oh, ich hab nur was vergessen. Ja, gut. So ein Chaos. Chaos, wo waren wir denn gerade? Ich wollte den Ausgang platzieren. Eingang haben wir schon und den Eingang wollte ich aber noch ein bisschen umplatzieren. Hab ich auch mal überlegt, wenn Planet Coaster nicht nur über Steam wäre. Das wäre jetzt nicht unbedingt was für meinen Papa. Aber dann hätte ich, glaube ich, meinen Papa vielleicht Planet Coaster zum Weihnachten geschenkt. Mein Papa ist so ein absoluter Achterbahn-Fan auch. Mein Papa fährt ultra gerne Achterbahnen. Und wir haben uns früher immer so lustige, viel zu extreme Achterbahnen ausgedacht in Rollercoaster-Tycoon. Im allerersten Teil damals noch. Und das hat ihm immer extrem Spaß gemacht. Da er mittlerweile auch in Rente ist, er macht zwar noch was nebenher. Aber er hat auch ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist halt, es ist immer schwierig bei Spielen, die jetzt nur bei Steam funktionieren. Deswegen wäre das jetzt, glaube ich, doch nicht unbedingt so die richtige Wahl gewesen. Was baue ich hier für einen Weg? Jetzt mach dich ab. Ich will dich weghaben. Was baue ich hier für komische Wegkonstrukte? So, das machen wir direkt mal auf. Und hoffen, dass die Leute da schön brav mitfahren. Denn wir brauchen dringend hier mal irgendwas, was richtig zieht. Brauchen was, was richtig zieht. Das ist noch neu. Das ist auch veraltend. Aber hier müssen wir definitiv auch noch was an der Warteschlange machen. Das können wir so auch nicht unbedingt lassen. Brauchen wir hier so ein bisschen Bäumchen nebendran. So. Mag für den einen oder anderen nicht wichtig sein. Ich bin persönlich jemand, ich mag das nicht, wenn Parks nicht irgendwie die Natur mit einbinden. Deswegen, das ist auch wieder so ein Punkt, den ich am Europa-Park so extrem schätze. Weil der ist so... Ja. Es ist einfach schön da. Es ist idyllisch, kann man sagen. Trotz der schreienden Leute. Und es ist trotzdem idyllisch. Das ist zum Beispiel was, ähm... Was mich... Oder war ich noch ganz klein? Da waren wir mal im Movie World, in Bottrop-Kirch-Hellen. Und das war überhaupt nicht meins. Nicht unbedingt wegen den Achterbahnen. Äh... Okay, gut auch, weil ich bei... Da gab es damals noch Tom und Jerrys Maus in the house. Die Bahn fand ich bis zu dem Zeitpunkt lustig, wo ich aus dem Sitz rausgerutscht bin und mich mein Papa nur noch festgehalten hat. Weil einfach der Bügel zu locker war für mich. Und aber keiner vorher gesagt hat, hier, so und so Mindestgröße. Also da habe ich echt dann Panik gehabt. Weil ich halt, äh... Ich hatte wirklich nur noch meinen Papa gehalten. Ansonsten... Ich wäre wahrscheinlich nicht rausgeflogen. Aber es ist trotzdem unangenehm, wenn du halt dich nur noch in der Stange festpackst. Und du hast im Hintern keine Haftung mehr am Sitz. Ich bin wirklich abgehoben vom Sitz. Das war unangenehm. Aber es hat mir auch ansonsten von der Aufmachung her einfach nicht so gut gefallen. Ich achte bei sowas ganz extrem da drauf. Hm... Was haben wir hier? Das sind Staubwolken. Ist jetzt vielleicht auch nicht so sinnig. Ein Festtagsduett. Hä? Oh, das ist ja auch süß. Passt jetzt hier nicht wirklich hin. Das ist eine Glocke. Was denken denn da? Wahrscheinlich ist ja auch vielen die Wartezeit zu lang. Jede Menge für den Eintritt ausgegeben. Sonst noch ein Wunsch? Komm, mach mal ein bisschen günstiger. Aber viel günstiger geht nur auch nicht. Haben da so viele ein Problem mit? Vier Prozent. Die meisten fahren aber. Guck mal, hier können wir nochmal so eine Wunderkerze in diese Dinger reinstellen. Diese Pinöppel. Vielleicht kommt das wieder ganz gut an. Das ist ja schön, das Geschenk. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Hm, schick. Wobei eigentlich immer die wenigsten Geschenke so... Ach, das ist auch schön. Wobei die wenigsten Geschenke so aussehen. Die meisten... Man schlägt ja meistens das Geschenk nur in Papier ein. Und das hier ist ja wirklich... Das sind ja so richtige Kartons. Von dem will ich in der Farbe aber noch verändern. Das hier sind ja so richtige Kartons. Ähm... Das ist doch gut so. Und ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich da vielleicht eher zu übergehe, Geschenke so einzupacken, dass ich die in schönen Kartons packe und um den Karton drumherum eine Schleife. Weil das ist eigentlich so das Geschenk, wie man es sich immer vorstellt, oder? Sind wir doch mal irgendwie mal ehrlich. Das ist doch so das, was man immer... Echt nur 22 Prozent? Haben wir uns so eine Mühe gegeben. Naja gut. Müssen wir mal schauen. Also Lieben, ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich. Ich glaube, die Folge ist jetzt relativ lang geworden, trotz der beiden Unterbrechungen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder in einer neuen Folge Planet Coaster. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020